Ich hab eine Idee. Danke für die Warnung. Wiedersehen. Diese chaotische Familie verzaubert euch jetzt auf disneychannel.de. Die Zauberer vom Babely Place. Ziemlich cool, oder? Eigentlich sind Alex, Justin und Max ganz normale Geschwister. Jetzt versteckt Kekse im Bademantel. Bis auf eine Kleinigkeit. Sie sind Zauberlehrlinge. Es gibt für alles einen Zauberspruch. Chaos vorprogrammiert. Selina Gomez in den Zauberer-Event-Wochen. Nur auf disneychannel.de. Untertitelung des ZDF, 2020